Wie man vielleicht sehen kann, ist zensiert. Man weiß also nicht, um wen es geht in diesem Video. Das ist auch wichtig, weil wer gehofft hat, es wäre schon vorbei, der hätte sich geistet. Das geht noch weiter. Aber das ist die Folge, die Strophe, die also nur ins Darknet gehört, die wird nur unter der Hand gehandelt, nicht öffentlich abspiele und bitte ja nicht weiter verbreiten. Ja, wir zeigen es. Ja, zeigt es niemand. Aber wir sehen es trotzdem. Und diejenigen, die natürlich drin vorkommen, die grüßen wir ganz herzlich. Ja, so. Dann los. Markus Hucker ungeniert, hätte Schultes abserviert. Alle Leid, waret froh, Wolf und Mager sowieso. Wir hättet gern gratuliert und euch eine Sekt serviert. Doch üt mal des bringt der Na, Arrivederci, Hans, Hurra. Doch üt mal des bringt der Na, Arrivederci, Hans, Hurra. Und niemand zeigen, gell? Sie ist verboten. Doch üt mal des bringt der Na, Приhammer zum Herz drüben.